Ich stehe hier vor meinem Kirschbaum und aus den Kirschen von diesem Baum habe ich in den letzten Wochen ganz viel Marmelade gemacht, dieses Glas, diese Gläser und noch viel mehr. Und ich will euch einfach sagen, Obst ist Segen von Gott. Lasst das Obst nicht verrotten, benutzt es und verarbeitet es. Das ist auch das Motto von einer Kampagne von Brot für die Welt und von der evangelischen Jugend in Deutschland. Marmelade für alle, Obst ist Segen von Gott. Also holt eure Schürze raus, fangt an zu schnibbeln und verarbeitet es. Das ist nachhaltiges Essen, das ist Segen von Gott und außerdem schmeckt es gut. Ich kann nur sagen, ich mag Süßes.